so heute gibt es zum frühstück ein stück rückenspeck anstatt normalem speck und dazu zwei eier die mache ich jetzt fertig werde das zurecht schneiden das ist so weich wie butter eigentlich also könnte man sogar so essen würde ich mal sagen aber ich mache das kurz in die pfanne und zeige euch das so auf geht es jetzt erstmal zum training und zwar gibt es jetzt eine wolkenlücke für eine stunde das wetter heute ist ja wohl wirklich oberscheiße und ich habe gerade auf dem regenradar geschaut ob eine lücke kommt und die ist jetzt da auf dem sportplatz gibt es jetzt sieben mal 200 meter und einmal 1000 meter und die auswertung zeige ich euch dann einfach nachher bevor ich jetzt die kamera wieder mitnehmen und es fängt an zu regnen dann steht die wieder im regen rum also ihr könnt immer reinschreiben ob euch dann auch bilder jetzt vom sportplatz interessieren weil 200 meter zu laufen das ist ja jetzt nicht so spannend aber oder ob ich überhaupt die auswertung danach also interessiert schreibt das einfach mal rein könnt ihr so machen wie ihr wollt so jetzt schauen wir uns einfach mal die intervalle an die ich jetzt heute gemacht habe also ich habe die alle mit der uhr hintereinander quasi stoppen lassen also die uhr läuft weiter habe aber dann immer die runden zeiten gestoppt und das kann ich dann halt auseinander klamüseln quasi wenn ich das hochlade habe dann hier die einzelnen zeiten für die 200 meter dadurch lasse ich mir dann mittelwert errechnen den nehme ich dann am ende dass ich dann 33,1 habe und mit dem kann ich dann arbeiten und mir das dann so eintragen so mache ich das halt ich nehme immer den mittelwert aus den ganzen läufen die ich dann gemacht habe und dann passt der kram dann können wir mal gucken hier die 200 meter wie die jetzt aussahen heute und da sieht man eigentlich wieder das übliche spiel dass ich eigentlich nie oben in den maximal bereich rein komme was jetzt die herzfrequenz betrifft bei 200 meter ist das natürlich noch extremer als bei 400 meter und man sieht aber auch ganz schön was ich interessant finde dass die herzfrequenz insgesamt natürlich mit anzahl der intervalle deutlich nach oben geht also am anfang bin ich gerade mal bei 172 hier und dann geht das langsam nach oben also umso mehr intervalle ich mache umso größer wird natürlich die herzfrequenz und jetzt kommt nämlich die sache wenn irgendwann das tempo aber stagniert hier sieht man jetzt an der blauen linie hier im hintergrund dass das tempo aber trotzdem wieder runter gegangen ist am ende also ich schneller geworden bin da muss man sich dann überlegen ob es nicht sinn macht die pausen länger zu machen bedeutet wenn ihr dann irgendwann so ausbelastet sei dass ihr nicht mehr eure geschwindigkeit halten könnt die ihr wollt dann ist es natürlich so dass ich da ein bisschen aufpassen muss und vielleicht die pause ein bisschen verlängern muss so dass ich mich in dieser ja in dieser trainingseinheit wo es wirklich nur um die laufgeschwindigkeit geht wirklich darauf auch konzentrieren kann bei den 1000 meter intervalle oder intervallen sieht das natürlich anders aus das waren jetzt meine 1000 meter das war ein schnitt von ich glaube nach schnitt sage ich schon also ich bin 3 22 glaube ich gelaufen also eigentlich wollte ich gar nicht so schnell ich wollte 3 20 erst mal locker jetzt anfangen weil ich mich langsam steigern möchte 3 22 3 20 war aber noch locker möglich und hier bin ich dann auch noch oben in die bereiche gekommen wo ich dann rein wollte obwohl das auch noch ein bisschen niedrig ist also da geht noch mehr an geschwindigkeit das wird man dann sehen hier sieht man auch ganz schön dass immer auf der geraden strecke hier dass ich da langsamer geworden bin weil da ziemlich viel gegenwind war gerade hier auch auf dem auf dem letzten stück und dann konnte ich halt mit rückenwind noch mal richtig gas geben aber das gleicht sich natürlich am ende aus weil wir auf einer rundbahn sind ganz einfach so viel auf jeden fall zum intervall training also den tipp den ich euch mitgeben möchte ist dass ihr wenn ihr nach puls trainiert und schnelligkeit macht 200 meter intervalle zum beispiel dann solltet ihr darauf achten dass ihr zumindest die geschwindigkeit halten könnt wenn ihr nämlich gleichzeitig auch langsamer werde dann müsst ihr euch überlegen ob ihr dann die pause verlängert damit ihr dann wieder angreifen könnt so viel dazu mehr habe ich nicht zu sagen so ich bin wieder da ich sitze hier wieder in meiner stillen ecke und ja sieben mal 200 meter zeige ich euch später einmal 1000 meter und ich habe mir gedacht bevor das nachher wieder anfängt zu regnen heute abend und ich nicht laufen kann habe ich die vier kilometer noch mal direkt hinten dran gehangen also jeden tag heute vier kilometer extra zum trainingsplan die ich laufen möchte jeden tag und mal gucken auch am wochenende ich möchte vielleicht am samstag marathon laufen in bärtlich bärtlicher straßenläufe ich werde mal gucken wie es mir vorher geht wie es meinem knie geht wenn ich so lange strecken laufe ist mein knie noch nicht ganz vorbereitet da muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein ja ansonsten werde ich einen halb marathon dann laufen also irgendwas werde ich wahrscheinlich laufen und jetzt fängt langsam mal zu regnen wie man vielleicht schon auf dem dach hört aber mir ist gerade eingefallen ich muss noch einkaufen und was macht man dann als sportler man nimmt sich nicht das auto sondern nimmt sich jetzt im rucksack und joggt einfach zum einkaufen kann wieder zurückgehen und dann habe ich auch heute schon meine 10.000 schritte um halb zwei erreicht also läuft ganz gut heute würde ich sagen und wer viel sport macht darf auch viel essen das ist der vorteil also bis später so jetzt bin ich wieder da und jetzt haben die doch tatsächlich im lidl kokosnusswasser in dosen habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert so in dieser form jetzt und ich bin mal gespannt wie das schmeckt wenn ihr irgendwas wisst was man damit noch so schönes machen kann vielleicht alkoholfreien cocktail oder sowas dann schreibt doch mal unten in die kommentare solange werde ich das ding aufbewahren und mal gucken ob man damit irgendwelche leckere rezepte machen kann oder vielleicht auch in kakao oder sowas schmeckt bestimmt auch sehr gut also da werde ich mal ein bisschen experimentieren ob sich das lohnt oder nicht oder ob das dann ja einfach nur zu teuer ist ich werde es jetzt auch mal so machen dass ich doch mal so jeden tag oder alle paar tage mal ein kanal vorstelle den ich eigentlich so gucke wo ich durch motiviert werde wo ich was raus ziehen kann wo ich vielleicht auch neue sachen lerne und heute hier kanal von dominik ist ich weiß nicht ob er russe ist oder sonst was auf jeden fall arschkalter in seiner bude der hat auf jeden fall richtig gute tipps auch was das training vor allen dingen kalisthenics und sowas betrifft also übungen mit eigenem körpergewicht und so da solltet ihr auf jeden fall mal reinschauen auch das motivationsvideo von ihm der hat echt ziemlich interessante sachen drauf wo ich mir dann auch mal ein paar sachen von abnehmen oder oder abschauen kann besser gesagt hier auch tausend verschiedene übungen zu für die bauchmuskulatur wie man zu einer fleck kommt oder was auch immer wie man front leveler macht oder irgendwelche sachen und das sind doch eigentlich die sachen die man irgendwann vielleicht erreichen möchte also mir bringt das persönlich nichts wenn ich mir irgendwelche videos angucke von fitness youtuber die einfach nur den ganzen tag pumpen und dann nicht mal irgendwie fünf klimmzüge können oder was auch immer ich möchte ja auch was mit meinem körper anstellen können und es ist doch im endeffekt eigentlich schon geiler wenn man solche sachen hier kann einarmige klimmzüge oder was auch immer anstatt dass ich da 150 kilo bankdrücken schaffe ist natürlich immer eine sache die jeder selber wissen muss was etwas mit seinen zielen erreichen möchte aber wer halt im training mal so ein bisschen weiter kommen möchte mit seinem eigenen körpergewicht der kann sich den gerne mal anschauen also er macht die videos wirklich richtig super und da kann man wenigstens viel von lernen hier ach ja und zeige ich euch auch mal eben bin gerade dabei heute das training zu planen wie wir das aufbauen das wird eine richtig harte sache da könnt ihr aber auch gleich mal schauen ob das überhaupt so umgesetzt werden kann und ja so direkt nach den intervallen und dem laufen und dem einkaufen gibt es jetzt natürlich auch noch was zu essen ich bin dann eigentlich immer so ein bisschen milch vollmilch auf jeden fall nehmen ich werde mir aber als vorsatz noch mal setzen dass ich mir mal in der umgebung hier so einen bauernhof raussuche wo es vielleicht auch frischmilch gibt die jetzt nicht so verarbeitet ist und werde da halt wenn es jetzt auch ein bisschen wärmer wird mit dem und nicht so ein scheiß wetter ist mit dem fahrrad hinfahren und immer meine milch holen also das heißt ich arbeite auch für das was ich dann bekomme das ist mir irgendwie wichtig geworden dass ich auch einkaufen gehe mit dem fahrrad zum einkaufen gehen nicht immer mit dem auto fahre und solche sachen immer bewegung mit einbauen und das werde ich dann umsetzen genauso gibt es hier griechischen joghurt obwohl ich diese kleinen schalen eigentlich nicht so mag aber es gab jetzt leider keine anderen normalerweise gibt es ja auch in den kilo packungen das ist mir ein bisschen zu viel müll muss ich sagen das sind immer so kleinigkeiten wo man halt generell daran arbeiten kann die man verbessern kann und es gibt noch eine nussmischung hier von wegen den ballerstoffen wie ich euch ja öfters mal gesagt habe da ist jetzt eigentlich drin 25 gramm sonnenblumen kerne sind hier drin dann ist darin leinsamen geschrotet natürlich dann ist da drin ein bisschen weizenkleie einfach nur um so eine mischung zu haben ein bisschen mandel diese stifte oder sowas die man da rein machen kann das gleiche haselnuss haselnuss krokant so dinger und auch ein bisschen so zehn gramm so soja flakes die hatte ich auch noch da die muss man ja auch nicht wegschmeißen unbedingt auch wenn man so ja in mega mengen jetzt nicht unbedingt arg aber in so kleinen mengen ab und zu ist das auch nicht schädlich und dann so zwei drei schoko drops die mache ich da auch noch da rein und das ist eigentlich eine ganz gute mischung die im zusammenhang so eigentlich sehr gut schmeckt und die man essen kann und dann passt der ganze kram also lasst es euch auch schmecken hier wollten wir jetzt übrigens mal ausprobieren ob das in der halle geht ob man so ein eins versus eins machen kann also so einen richtigen wettkampf aber die halle ist ein bisschen klein aber trotzdem lustig also So, kompletten Tag geschafft heute. Jetzt werde ich gleich wahrscheinlich noch ein bisschen Krafttraining machen. Wir haben es jetzt 8 Uhr gleich, aber draußen regnet es, also gehe ich nicht mehr laufen. Die 4 Kilometer habe ich heute schon gemacht, also jetzt noch ein bisschen Krafttraining. Aber damit ich das Video gleich fertig habe, hier seht ihr zum Beispiel mal so eine Herzfrequenz über das Hallentraining, was wir so gemacht haben. Da haben wir halt hier so diese paar Durchgänge gemacht, die ihr dann auch in dem Video gesehen habt. Und am Ende haben wir nochmal versucht, hier so das Lied, was ich halt gemacht habe, zu machen. In der Halle ist das ziemlich schwierig, weil die Kurve halt irgendwann sehr eng wird. Aber es klappt eigentlich auch ganz gut. Also die Jungs sind bis ans Ende gekommen, bis an ihr Maximum und das ist natürlich dann auch wichtig. Also morgen geht es weiter. Ich denke mal, morgen werde ich mal so einen Regenerationstag nicht einlegen, sondern heute war ein Tag, wo ich den Fokus quasi gelegt habe auf Kraft, Schnelligkeit und Kraftausdauer. Und morgen ist dann ein Tag, wo ich den Fokus lege auf Langzeitausdauer. Deshalb ist es im Prinzip ein Regenerationstag, wenn ich jetzt einen langen Lauf mache zum Beispiel. Das muss man dann einfach als Regeneration sehen. Da werde ich die ganze Zeit halt im GA1, GA2 Bereich maximal laufen und auch nicht weiter darunter oder darüber. Ja, und dann schauen wir mal, ob ich am Wochenende den Marathon laufe oder den Halbmarathon. Das war es auf jeden Fall für heute und ich sage mal bis morgen.